Ach, zum Schiff muss ich, ja, okay. Ah, da riebe. Geh mal einfach mal. Und... Ja, jetzt muss ich da irgendwo hinten rum. Da ist noch was. Hier braucht doch noch ein Kätzchen. Und denke ich nur an ein Kätzchen. Ups. Zwei, okay. Der geht da vorbei. Ah, der macht seine Runden. Oh, hopp, reise lang. Ja, der ist besoffen, okay. Komm schon. Vier Stück, Mano. Okay. Komm mal hier. Ach, beide gleich. Dann können wir es machen. 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 Dann kommen wir es machen. Dann kommen wir ein K barden. Wir müssen vàimlich sein. Dann kommt ein K contamines. Wir müssen Dirk. Nee, das war nix. Aber die könnte man sicher killen. Aber da müsste ich schon beide miteinander nehmen. Also den Baum rauf. Nehme ich mal an. Und zwar jetzt. Ja komm jetzt. Ja komm jetzt. Hopp, hopp. Okay. Jetzt geh mal hinten durch. Machen wir mit dem einen Besuch. Naja. Ach, geh doch nach. Ich hab nicht gekämpft. Julien, die Gasse aufspüren. Okay, wollen wir das mal machen. Hier ist er nicht. Da ist er nicht. Das ist er auch nicht. Ist das der da? Was machst du? Okay. Rüber. Wer hat mich gesehen? Ah, okay. Gib Ruhe. Der wird doch wohl auf dem Schiff sein. Hallo? Ähm, da? Nee. Der da schaut. Egal. Der kommt. Da vorne ist auch noch einer. Der ist noch weit weg. Ich muss zum Steak, zum Schiff. Woh, du musst. Woh! Ugh! Man sieht so viel. Nein, sicher nicht. Komm, du kannst dir lange suchen. Geh jetzt weg. Okay, ich geh. Okay. Was macht jetzt der? Ja, der kommt schon wieder. Alles klar. Jetzt geht er wieder. Na dann wollen wir mal. Wer ist denn da oben? Ja. Ja. Easy. Umdrehen. Und vorwärts marsch. Muss ich den umbringen oder was? Weiß nicht mehr. Ich nehme sie mal an. Ja. 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 Sonnenaufgang! Hm. Du lichten, okay. Das ist eine blöde Stelle. Mal schauen hier. Ups. Wenn ich so weit traf. Ja komm, nimm den. Weißer. So, und jetzt? Achso! Okay. Eliminiere! Ich mach dich alle! Okay. 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 Ich mach dich! Warum? Ich habe einen Sparrow, klar! Wenn du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken! Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unteren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde, abgeschafft! Eine freie und offene Welt, ohne Parasiten wie dich! Que l'enfer que tu trouveras, soit le fruit de ton insouciance! Alles klar! Super! Jetzt muss ich wahrscheinlich... Die Bucht gehört uns! Ich will da wohl das schief! Okay... Nicht in Kämpfe... Habe ich doch gekämpft... Ach komm, bissl! Ich hätte jetzt aber am liebsten noch alle gemeichelt! Wunderbar! Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal!